Ihr kennt Fortnite bestimmt alle so, normale 1020x1080 Auflösung. Ja, ich weiß, super langweilig. Deswegen werden Fix und ich nach jeder Runde die Grenzen der Realität in Fortnite auf die Probe stellen. Indem wir das Bild immer breiter und breiter ziehen, bis man fast nichts mehr erkennen kann. Ticker, wie das aussieht, wie ein Dream. Deshalb guckt unbedingt bis zum Ende, denn diese absurde Auflösung habt ihr noch nie gesehen. Glaubt mir, das wollt ihr nicht verpassen. Ach ja, und vergesst nicht, bei Support Your Creator Maxime einzugeben. Hashtag Epic Partner, vielen Dank. Und wir fangen an mit der Runde. Okay, Leute, das ist die erste Runde mit der Resolution 1440x1080. Und nach jeder Runde wird es einfach mehr und mehr stretcht. Und wir gucken, wie tief wir gehen können mit der Resolution. Und gucken auch, wie viele Kids und wie weit wir kommen in der Runde. Und ja, wir sind Macher. Wir müssen unser Bestes geben, ne? Ja, ich werde es so tryharden. Hier sind locker drei, vier Teams am Start. Dann rasieren wir kurz. Aber es ist halt Stretch, ne? Stretch bringt heutzutage eigentlich... Nichts. Wirklich? Glaub ich auch. Oh, hier ist jemand close. Der Steppt. Der ist über uns, der ist auf dem Dach. Wollen wir auch aufs Dach? Oh mein Gott, ich verklick mich so oft wegen Stretch. Oh mein Gott. Mach keinen Scheiß. Fix, er kommt. Da draußen ist er. Ich habe ihn cracked. Down, habe ihn tot. Es ist so weird, irgendwie auf Stretch so zu spielen. Ah, das ist ein Mad Kid. Oh mein Gott, das ist so komisch. Ich verklick mich auch. Meine Sense fühlt sich auch so anders an, Mann. Warum machen wir das hier, Maxi? Ich weiß nicht. Für die Zuschauer. Das wird immer schlimmer, wie jede Runde zu Hunde. Das ist ein Traum, oder? Da ist ein Gegner. Wir haben Haus. Zwei. Crackt einer. Schmeißt Granaten hin. Vom Holz sind sie, ne? Hinterm Stein. Hinterm Stein. Hab einen Crack. Right. Crack. One. Tot vier. Letzter. Let's go. Easy. Junge, Stretch ist so OP. Oh mein Gott. Holy shit. Stretch ist richtig krank, Alter. Ihr müsst alle unbedingt Stretch spielen. Nein, tut es nicht. Ich versuche gerade was für sie. Oh, ich wurde abgeschossen. Auf der großen Scheune. Ah, ja, ich sehe es, ich sehe es. Oh mein Gott. Der Pilz, ich haue mir kurz einen Bego rein. Ich habe ihm 50 gegeben oben. Der nervt richtig oben. Ja, unten drin auch. 40 auf den unten. Okay, ich bin ein bisschen low. Der eine pusht runter. 60. Der ist immer nach oben. Oh, der schmeißt Kameram. Ja, Vorsicht. Das ist woanders Spiel. Das ist woanders Spiel, der Linke. Mincha Skin auch. Mincha Cracked. Down. Im Haus, im Haus. Der haut ab. Oh, mit der letzten Kugel. Headshot auf deinen Nacken. Bis jetzt geht es. Wir haben 5 Kits. Stabil. Ich freue mich schon auf die nächsten Rundenfix, by the way. Nächste Runde noch mehr Stretch. Ich freue mich. Die Runde danach noch mehr Stretch. Und dann insane viel Stretch. Also Leute, das ist so eine Tortue, die wir uns hier antun. Hier ist jemand gesiplined. Ja, hier in dem Haus. Hier, der hat Kameram her geschossen. 150er Headshot. Oh mein Gott. Die sind hinter dem Haus. Kamer. Irgendwo unten. Einer ist ganz oben. Einer ist ganz oben. Hast du ihn? Ja. Weiß nicht, wo der andere ist. Oh, auf mich wurde geschossen. Tot. Da, da in dem Haus. Headshot. Cracked in dem Haus drin. Bist du pushen oder was? Ja, rein da. Oh mein Gott. Headshot down. Let's go. Mache rechts von mir auch noch Schüsse irgendwo. Der ist hier unten, glaube ich. Vorsicht. Cracked. Einer pusht raus. Beide tot. Oh mein Gott. Einfach zerfetzt. Ich wollte die nicht umbringen. Ich habe die die Filze gelassen. Ich kann nicht mehr. Die wurden so zerfetzt gerade. Holy shit. Die werden alle zerfetzt. Stretch ist einfach Meter. Ey, Ludwitzel ist da. Ah, dann lass hin. War ein Bot, glaube ich. Irgendwas ist da. Ah, da. Auf der Treppe. Ja, ist der Bot. Nee, nee. Auch ein Team. Auch ein Spieler. Die Falten kommen hier da drauf. Ja, geht. Und moin. Wir sind da. 27, 21. Hier außen, hier außen. 90. Der geht zum Jumpen. Jumpit. Der rote Skin ist los. Knock. Sehr gut. Der andere in der Luft. 50. Hinter dem Stein ist er. Links ist auch noch einer da hinten. 129. Erhältst du ihn, hättest du dir das gegeben. Links habe ich noch einen getroffen. Wo links? Order. Knock. Hey, wir sind so gut mit Stretch irgendwie, ne? Naja, das macht irgendwie krassen Unterschiede. Ich weiß nicht, warum. Wollen wir drauf? Der ist im Wasser. Crack. White. White, white. Let's go, Alter. Heavy-Hundi-Runde. Easy win. Let's meister, Junge. Naja, es ist schon weird irgendwie Stretch, aber man kann sich daran gewöhnen. Ich auch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Rebolten-Schüsse besser sind. Man ist halt näher dran ein bisschen, ne? Die Quali ist halt leider auch ein bisschen schlechter. Ja, 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 die Qualität ist ein bisschen Fuß. Aber ich mag Füße. Es leben noch drei. Na, Crack unten. Läuft er rein? Im Auto. Oh mein Gott, ich rutsche runter. Oh mein Gott, ich bin nicht gestorben. Hä, wo ist der? Der Eintag, glaube ich. Da, in der Zone. Hab einen Nook? Hab den anderen. Krass, wir machen eine richtige Zerstörer-Runde. Komm, wir machen ein Ding. Trickshot auf den letzten, Maxi. Ist der schon oben? Oh mein Gott. Er ist über dir. Ich leg ihn ab. Oh, ich habe gehittet. Ah, nein. Hast du gehittet? Ja. Let's go. Trickshot. Let's go. So ein Ding. Okay, wir gehen jetzt rein in die nächste Runde. 1080x1080. Okay, zweite Runde. Mehr Stretch. 1080x1080. Mal gucken, wie weit wir diese Runde kommen. Und es ist nicht Post-Production-mäßig, wo wir es einfach stretchen, sondern es ist wirklich, wirklich so stretch. Ich kann es bezeugen, Leute. Ja, es ist wirklich stretch. Das ist eklig. Aber es ist nur spielbar. Es ist spielbar. Aber die nächste Runde wird es nicht mehr spielbar sein. Da bin ich mir sehr sicher. Wird es uns splaschen oder wer hat es uns gesplasht? Nee, das ist unser Bot. Hier ist jemand über uns. Abigetet. 60. Der ist unten reingelaufen. Ja. Wo bist du, Maxi? Ganz oben. Ich sehe hier nichts mehr. Ich bin Ausschüppferwürdig. Sonst wird das schlimmer. Der ist auf der Seite Richtung Osten raus. Auf dem Dach, auf dem Dach. 19. What? 76. Lu? Lass drauf, lass drauf. 75. Ich muss, ich habe Distance fast nur. Ich gehe auf Close. Ganky Dama, komm, pass auf. Ganky Dama. Genau auf Dings. Vom weißen Haus, vom Einhaus da. Oh mein Gott. Wir haben keinen Shit. Ich weiß gar nicht, warum du immer rein willst, Bro. Ja, ich will euch drauf gehen. Ich will Kills machen. Oh mein Gott. Hier sind viele, pass auf. 91. Anders da. Geht zurück. Wunderschön. Einer ist im Busch. Einer ist da im Busch. Er ist tot. Wollen wir uns ranschleichen? Er hat ihn abgeschossen. Oh mein Gott. Wir holen ihn. Ist er drauf? Los. Oh mein Gott. Hä? Wo ist er? Er hat mich gehetshottet. Im Busch, ne? Im Busch, ne? Im Busch, ne? Ja, ja, ja. Wir haben ihn wide. Down. Oh mein Gott. Let's go. Wir schaffen das. Mach ein paar, okay? Komm, die Runde danach wird noch schwerer. Es wird immer schwerer. Mal gucken, wie weit wir von Runde zu Runde kommen. Erste Runde gewonnen. Danke für Splash, Bro. Warte doch ganz kurz, bis ich revived bin, Bro. So ein Idiot, Mann. Oh, Gegner, Vorsicht. 159 auf dem Kopf. Ich mach das Haus kaputt. Mach, ja. Links. Der haut ab. Ah, wir haben ihn gescannt, den einen. Ah, ja, gut. Boah, der rennt richtig um sein Leben. Ja, ja, ja. Er ist im Haus. Warte, ich mach das Haus weg. Oh, das ist der andere. Oh, KWRWR. Ich hab ihn cracked. Im Busch. Oh mein Gott, Lexi. Ich kann nix. Ich kann nix. Du musst ihn holen. Oh mein Gott, ja, ja. Er ist raus, er ist raus. Sag, wenn der andere kommt. Hast du ihn genockt? Ja, ja. Den einen hab ich genockt. Was mach er? Schimmer, mach mal nicht mein Seco kaputt, Bro. Hoffentlich schießt er nicht hier rein. Er bin ich tot. Er ist braillt, er ist braillt. Er kommt angerannt. Lass ihn lasern, oder? Tot. Oh, shit. Ja, ich sag mal so, easy. Kein Problem für uns beide hier, ne? Also, was ist schon stretched, Junge? Was ist schon stretched? Äh, wirklich, Alter. Gar kein Problem. Lass ein Like da, wenn ihr auch denkt, dass wir Macher sind in Fortnite. War das cringe? Freude eine Pistole, ja, schon. Ja, okay, tun mir leid. Hui! Hui! Okay, lass in Richtung City gehen, weil... Da ist er besser. Da ist ein Gegner. Ja, scheiß auf den, oder? Komm, lass killen, Bro. Ich will kill's machen. Wir sind Macher. Okay, fix, sagt, wir sind Macher. Wir killen. Ja, komm, ich lande auf dem Baum und dann ist gut. Oh, ich kann die Entfernung nicht abschätzen. Vielleicht gar nicht mehr. Ich hab 91 gegeben. 91? Der andere ist hier drin. Ich hab ein Pump gefühlt. Vor mir? Crack. Hab ein Down? Ja, ich hab den anderen Down. Noch ein Team, noch ein Team. Noch ein Team, nein. 3 HP. Ja, warte, ich geb den Hatcher kurz. Verstehen. Oh mein Gott. Das ist so weird, der Aim. Oh mein Gott, weg hier. 90? Ja, wirklich hier mit. 150 Hatcher tot. Aber ich bin auch tot. Close, vor mir. Oh. Nein. Da haben wir dumm gespielt. Aber wir gehen rein in die nächste Runde. Noch mehr Stretch. Rein da. Noch mehr, Mann. Es ist jetzt 720 mal 1080. Das Bild ist noch mehr Stretch. Das ist komplett. Nochmal ganz kurz hier ein Beweis, wie es aussieht. Es sieht einfach so krass gestretched aus. Alter Shit. Mal gucken, ob wir euch schaffen. Landest du wieder in der großen Scheune? Junge, hier landen wieder 5 Millionen Menschen. Oh mein Gott, hier ist jemand. Da ist einer. Kriegst du ihn? Bis jetzt noch nicht. Ich sehe hier keine Waffen. Oh mein Gott, ich hab auch noch keine Waffen. Ich weiß, wo ich hinlaufen soll. Ich sehe, komm was. Ich sehe, komm was. Ich sehe, komm was. Ich sehe, komm was. Oh mein Gott, ich sehe gar nichts, Maxi. Ich kann dir nicht helfen. Knock. Oh, du bist ein Macher. Ja, ich bin Maschine, wirklich. Als ob ich noch nie auf was anderes gespielt hätte, weißt du? So ein Ding ist das. Oh mein Gott, Scopen ist richtig geil jetzt. Ohne Scheiß. Alter, das ist so ein riesen fettes Scope-Ding. What the? Ich schwöre, das ist Cheaten. Ein Spieler normal spielen. Ein Spieler mit Stretched und Gib ihm im Kopf. Und das ist noch nicht mal die letzte Stufe, Mix. Nee, nee, nee. Es wird gleich noch schlimmer. Nach der Runde wird es insane. Die Häuser, das schaut so mini aus alles. Kriegst du bei mir? Kriegst du bei mir hier zwei in den Busch? Die pushen, die pushen. Ja, ich kann nichts machen. Ich komme nicht hoch. Der ist los. Hab ich ihn gelasert? Der andere ist auch da? Nice one, let's go. Hier ist ein Ding, Revolver für dich. Oh ja, ich komme. Wo bist du denn? Ach, da. Du bist aber am Tür vorbeigerannt hinter dir. Ja, sorry, ich habe es nicht gesehen. Ich fühle mich so langsam, ne? Ich fühle mich nicht nur langsam, sondern auch einfach ein bisschen... Ah, da auf dem Dach. Bisschen sehr dick, ne? Der ist gelasert. Der ist zwei in zwei. Ich bin moore in das Spiel. Ich bin moore in das Spiel. Wollen wir auf das Dach gehen? Die sind oben. Ich habe Impuls Names. Willst du ein Tuch schießen? Oder nein, ich schieße uns weg, schieße uns weg, schieße uns weg, schieße uns weg. Auf andere Haus hinten. Ja, komm. 3, 2, 1. Wow, wie weit die fliegt? Der hat mich übergelasert. Nein. Willst du kacke? Komm zu mir? Versuch mich zu verstecken. Ich habe ihn in den Busch. Komm zu dir. Das ist so dumm, ja. Wo bist du? Ich krabbel in den Busch rein. Mach er, Maxi. Oh mein Gott. No way, dass ich den gehittet habe. Ich habe ihn gar nicht wirklich gesehen. Holy shit. Oh mein Gott. Wir haben sich mit den falschen Leuten angelegt. Wir haben nämlich stretcht. Wir haben nämlich einen Vorteil. Ich höre, wie schritt es? Ist das der Bot oder was? Ich glaube, der Bot ist tot. Muss ein Gegner sein. Ja, hier. Oh ja. 14. Oh mein Gott. Slow, slow, slow. Der ist hochgerannt. Oh, sein Team ist auch da. Vorsicht. Oh, ich bin tot. Ich will nicht noch krasser reingehen, Maxi. Ah. Keine Chance. Aber du hast sechs Kills gemacht. Du bist der Stretch-Meister. Ja, ich weiß. Krass. Okay, noch mehr Stretch-Fix. Wir schaffen das. Geh mal in den Item-Shop und gib mal den Crater-Code Maxi-Fy ein. Geht das überhaupt? Schau mal in den Item-Shop rein. Wir schaffen das. Ich war ein Support-The-Code. Ich kann es machen. Ich gebe mal einen eigenen Support-The-Code ein. Hashtag Werbung. Maxi-Fy. Akzeptieren. Ja. Fuck. Sieht das kacke aus. Wirklich. Ey, fix. Guck dir das mal an. Man sieht ja wirklich gar nichts. Holy shit. Das ist so kacke. Was hier drauf, oder? Schauen wir auf die Map. Oh, ich sehe die Map. Holy shit, wie das aussieht. Mann, ich sehe gar nichts aus der Bus gerade. Cool. No joke. Wie kacke. Okay, das ist die Karte. Über die Hälfte müssen wir ungefähr rausspringen für Frenzy. Genau. Da wollen wir hin. Okay, Leute. Es sieht wirklich so kacke aus. Ganz kurz hier. Wie wir sehen. Es ist nicht irgendwie Post-Production angepasst. Es ist wirklich so kacke. Es sieht wirklich so kacke aus. Ich muss hier raus. Wir sind am ersten Gegner tot. 100%. Ich weiß, was wir tun. Okay, wir müssen jetzt schwitzen. Okay. Okay, okay. Wo bist du? Jetzt heißt es schwitzen. Ich gehe in die Scheune. Da ist jemand. Da sind zwei vor mir rein. Ich bin ganz unten. Ich habe goldene MP. Ich habe eine Waffe. Oh mein Gott. Nur eine DMR. Oh mein Gott. Ich bin rausgesprungen. Fix, ich laufe gerade weg. Ich sehe nichts. Lass weg hier. Nein, nein, nein. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Nein, nein, nein. Ich habe keine AR. Ich kann nicht schießen. Fix, ich laufe weg. Das war ein Joke mit Frenzy. Ja, okay. Wo bist du? Ach, da bist du. Hallo. Ja, ja, genau. Wir laufen in Richtung... Äh, hier. Ah, ich bin getroffen. Lass mich doch mit dir sprinten. Ich sprinte. Hä, wo bist du? Ich weiß nicht. Ah, da in die Richtung. Ah, okay. Lass dich vorne beim Haus ruten. Hier ist ein Haus irgendwie. Keine Ahnung. Hier ist ein Haus, Bro. Ich sehe nur Wiese. Hey, du bist doch blind, wirklich. Man, wir sind so einen krassen... Wir haben so einen krassen Nachteil, ne? Ich duck... Ich duck mich immer automatisch, wenn ich durch die Tür laufen will. Weil ich... Angst habe, dass ich meinen Kopf anhau, weil das so niedrig ist. Das ist so kacke. Hier ist ein Auto. Schau dir mal das Auto an. Oh mein Gott. Hä, was ist das für ein Auto? Hä? Ich kann nicht mehr. Was ist das? Warte, ich fahre uns, Bro. Steig ein. Digga, die Sicht. Unsere Kämpfe. Wuhu. Wir sind so flatt. Was ist das? Weep. Dä, 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 dä. Komm, wie tief das ist, Alter. Komplett zermatisch, das Auto. Hinter uns, Schüsse. Komm jetzt, Auto, schnell. Komm mal, bleib stehen. Wo bist du? Ich bin drin. Bist du drin? Ja, ja. Von wo schießen sie denn? Leute, by the way, falls ihr wollt, dass Fix und ich mal die allerschlechteste Grafik machen, dann lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo. Da würde mich sehr freuen. Unbedingt. Lass ein Like an. Ja, du freust dich, ne? Ich freu mich auf jeden Fall. Digga, wie das aussieht, wie du ihn bist. What the fuck? Wie du da langläufst, Junge. Das sieht so kacke aus. Alter, das ist noch ein Ding für dich. Junge, du sprittest ja voll. Das sieht so krass aus. Holy shit. Hey, was ist das? Was war das? Okay, lass da hin. Wir brauchen einen Rotpunkt. Ich hab einen Rotpunkt. Warte mal. Ja, doch. Ja, das gibt mir das ganze Bild gestrayt, Junge. Rotpunkt. Ich zerfetz jetzt jeden Gegner. Okay, wo fahren wir hin? Zum Lama, oder? Ja, perfekt. Super. Mein Traum wird wahr. Wo ist er? Ey, Fix, Fix, Fix. Ich bin gleich rot. Oh my God. Fix, fahr mich bitte. Fahr mich bitte. Von wo? Fix, fahr mich. Ja, ich komm. Ich bin won. Von wo? Weiß ich nicht, fahr. Ich mach grad Mad Kid. Oh, die sind genau beim Lama, nur. Ich hab ein paar mehr getroffen. Ah, lass sie weg. Sehr gut. Ja, lass abhauen. Raus, 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 raus. Raus, 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 raus. Kommst du weg? Ich seh nichts, Fix. Die sind irgendwo da vorne. Ich komm in deinen Busch rein. Nee, der Busch ist, glaub ich, kaputt. Ich geh in den Busch. Ich geh hier. Die sind close. Ich seh nichts. Ich bin tot. Ich seh nichts. Ich hoffe, mein Leben, Fix. Ich hab einen Crack. Der ist weiß. Der läuft raus, der läuft raus, der läuft weg. Er kommt wieder rein. Er ist da hinten bei Baum. Er war ein Busch. Nein. Oh mein Gott. Okay, Leute, kleine Bonusrunde für euch. Extra nochmal von uns beiden. Wir sind gerade dumm gestorben, deswegen. Okay. Oh, geil. Jetzt mit dem Motorrad fahren. Ey, sieht das kacke aus. Es sieht so kacke aus. Ich kann so niemals fahren. Wee. Oh mein Gott. Okay, wir pushen das Gegner ab. Wir holen jetzt ein paar Kids. Wir brauchen doch Shit und so, ne? Oh, da riftet jemand. Ja, lass, Tankstelle kurz. Ist da jemand? Nö, die sind nur in der Luft. Achso, du sagst, du schießt einfach mal drauf. Hast du einen Key? Nö, du. Ich hab keinen. Aber wir können uns einen Key kaufen. Wir müssen nur einen halben Kilometer darüber sprinten. Ey, es sieht so kacke aus, ne? Kriegst du auch ein bisschen Bauchschmerzen? Ey, fix, 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 fix bei mir. Close, 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 close. Ich check auch nichts. Ich weiß nicht, wo. Ich weiß nicht nur. Wo denn? Keine Ahnung, ich hab Booker geworfen. Vor mir. Komm mal. Ich hab ihn gut geüttet. Oh, rechts von mir auch noch. Ah, ich weiß nicht, von wo. Ich schieße mich nicht los, Alter. Ich check gar nichts. Ich bin tot. Hey, von wo? Ich check überhaupt nichts. Ich check nichts, fix. Ich schieße mich weg. Ja, tschüss. Kabel mal in deine Richtung. Aua. Versuch mal zu entkommen. Das war's, fix. Das Betäten ist ja noch viel schlimmer. Ey, man sieht dich fast gar nicht. Du bist einfach links an der Seite. Oh mein Gott, das Auto schaut einfach flach aus. Du fährst auf den Boden, als ob du einen Zentimeter groß wärst. Das war meine Karte, ne? Fix. Ich hab maximale Probleme mit mir selber gerade. Aber ich fahr ja recht schnell eigentlich. Oh ja. Ja. Ich glaub, du hast die, oder? Ich glaub nämlich auch. Bin ich überhaupt gerade auf der Karte? Ich weiß auch nicht. Ah, was ist nicht vorne? Ähm. Wo wir sonst immer landen? Ja, Sturm. Hier, Sturm. Oh. Du kannst fliegen. Echt? Kann ich? Oh mein Gott, Hilfe. Überfordert. Was passiert? Wo fängst du hin? Was ist? Wohin? Oh mein Gott, der Spektaten ist so geisteskrank schlimm. Für mich ist es auch nicht geil, okay? Darf ich oben ein Reboot-Van irgendwie? Ja, da ist einer. Wo denn? Ich seh ihn noch nicht. Irgendwo. Hä, wo ist er denn? Ich schau auf der Karte, aber irgendwie links. Irgendwo da. Hä? Reboot-Van. Fängst du mich doch nicht so? Fängst du bitte Hilfe. Ach da. Da ist er doch. Oh mein Gott. Hä, wie konntest du da vorbeilaufen? Ich hab keine Ahnung. Ich kann nicht mehr. Ich seh nichts. Meine Augen toniert schon weh. Irgendwer schießt auf mich. Jungs, bitte. Äh, Maxi. Fickst du auf mich? Wird geschossen? Ja, ich weiß nicht genau, wo ich bin. Ich glaub, ich bin bei der Rennbahn. In einem Haus drin. Ach, das ist so anstrengend. Hilfe. Ach, da bist du. Ich seh dich, Maxi. Let's go. Ja, ich bin da. Wo? Hi. Ah, ich hab dich nicht ge... Oh mein Gott. Close. Was, der Bot? Ja, dahinter ist da ein Gegner gelaufen. Oh, der ist auf dem Baum. Ich geh hoch. Der ist irgendwo oben auf dem Baum. Seh ich. Ich hab Infrarot. Das riecht gut. Kriegst du den Tod? Oh nein, Zaun. Oh mein Gott, ich lauf in die Zone. Oh mein Gott, das ist so anstrengend, ne? Alter, das ist richtig anstrengend. Ich hab einen Grappler. Wee. Oh mein Gott. Aber geht. Ist verwirrend, aber geht. Oh mein Gott. Wo ist Zone? In die Richtung, genau. Wir können zum Haus gehen vielleicht. Oder Burg? Ich hab Zone markiert. Burg obendrauf, Burg obendrauf. Da können wir hin. Ja, ja, ja. Oh, von dort schießen auch Leute. Hier ist einer. Hier ist ein Gegner. Okay, Burg. Ist das den? Nee, nee, noch nicht. Neben der Burg. Links neben der Burg. Der ist in die Burg jetzt rein, glaube ich. Oh mein Gott, lande ich obendrauf? Ich bin noch oben. Von wo? Unten irgendwo. Ah, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Liegt da einer auf uns drauf? Ähm, nö. Doch, nee. Hast du Heilung? Ja. Ich versuch gerade Gegner zu sehen. Unter mir. Hatshot. Oh mein Gott, ich hab ein Hatshot gedrückt, aber ich wurde von der Seite noch gelächtert. Da fliegt mich nicht die Luft. Ja. Haben wir getroffen, actually. Okay, ich muss kurz geladen. Hat man hier rechts unter uns? Hier drüben. Schau, vielleicht können wir die abstauben. Ja, ja. Ja. Oh, ich bin abgeschossen. Pass auf, die schießen von dort, von der Flagge. Sippst du hier rüber? Nee. Nee. Head auf dem mit der Ziplein. Hier drüben ist einer. Der ist auf der anderen Seite. Der, 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 der. Hab ein Cracked. Der Blaue. Der Blaue ist One Shot. Down. Muss abladen. Hab ich ihn noch? Sehr gut, wir müssen ein Ziplein. Oh, ich bin, glaube ich, tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab die Höhe nicht angestellt. Fix, ich bin noch. Welche Ticks macht die Zone? Sophie, ich bin gleich tot. Echt jetzt? Ja, ja, das schaffst du nicht. Mach das nur alleine. Oh mein Gott, ich hab nix. Ich bin zwei Sekunden tot. Ich hab nix. Alles gut. Okay, Fix, du musst das schaffen, okay? Alter, hast du Krankenloot, wirklich? Da ist einer, glaube ich. Oh mein Gott. Was? Ich bin Macher. Was? Wieder, genau. Oh mein Gott, ja, das war's. Fischi. Huh? Was ist, was? Wie hast du das überlebt? Oh mein Gott. Ich meinte selber nicht. Ich bin fertig, das war voll. Zieh mir wirklich zu hart rein. Ich seh gar nichts Fix. Ich check ihn auch gar nicht. Geh runter, geh runter, ja. Spiel auf Sneaky kurz. Du holst das Ding. Scheiße, ich geh out of zone, oder? Nimm doch mal Slab ein. Ja. Ja. Ja, GG. Nein. Ja, ist GG. Oh mein Gott, Platz 5. Oh, Alter. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Schaut gerne mal Fix vorbei. Lasst ein Daumen nach oben, ein Abo da und schreibt in die Kommentare, falls wir noch mal so was ähnliches machen sollen, wo wir dann einfach mit der schlechtesten Qualität spielen sollen. Und ja, das war's bis zum nächsten Mal. Auf euch, ich liebe's. Ciao.